Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen zivilprozessrechtlichen Video. Heute geht es um die Rechtskraft. In der Klausur wird die Rechtskraft vor allem in der Zulässigkeitsprüfung relevant. Denn eine Klage ist unzulässig, soweit ihr eine rechtskräftige Entscheidung entgegensteht. Man unterscheidet zwischen der formellen Rechtskraft, die in § 705 ZPO geregelt ist, und der materiellen Rechtskraft, die in § 322 ZPO normiert ist. Soweit zulässig empfehlen wir euch, die beiden Normen an die jeweils andere zu kommentieren. Zuerst besprechen wir die formelle Rechtskraft. Lest euch deshalb bitte § 705 ZPO durch. Leider lässt sich der Vorschrift auf den ersten Blick nicht wirklich entnehmen, was formelle Rechtskraft eigentlich ist. Schauen wir uns den Wortlaut trotzdem noch einmal genauer an. Die Rechtskraft der Urteile tritt vor Ablauf der für die Einlegung des zulässigen Rechtsmittels oder des zulässigen Einspruchs bestimmten Frist nicht ein. Formuliert man diesen Satz positiv, lautet er, die Rechtskraft der Urteile tritt mit Ablauf der Frist für die Einlegung des zulässigen Rechtsmittels oder des zulässigen Rechtsspruchs ein. Formelle Rechtskraft entfaltet ein Urteil also dann, wenn es nicht mehr mit Rechtsmitteln angegriffen werden kann. Verständlicher hat das der Gesetzgeber in § 19 EGZPO ausgedrückt. Rechtskräftig im Sinne dieses Gesetzes sind Endurteile, welche mit einem ordentlichen Rechtsmittel nicht mehr angefochten werden können. Für das EGZPO selbst hat diese Definition keine Bedeutung mehr. Über den Wortlaut hinaus drückt sie aber das Verständnis der formellen Rechtskraft im Sinne der ZPO aus. Hier geben wir einen klaren Kommentierungstipp. Auch wenn § 705 ZPO und § 19 EGZPO ihrem Wortlaut nach auf Urteile beschränkt sind, besteht Einigkeit, dass alle Entscheidungen, die einem befristeten Rechtsmittel, Einspruch oder einer befristeten Erinnerung unterliegen, formell rechtskräftig werden können. Das sind insbesondere auch Versäumnisurteile, gegen die ein Einspruch geltend gemacht werden kann und Beschlüsse, gegen die die sofortige Beschwerde statthaft ist. Kleiner Exkurs zu beschlüssen, ob eine Entscheidung durch Beschluss oder Urteil ergeht, legt das Gesetz für jeden konkreten Einzelfall fest. Beschlüsse können ohne mündliche Verhandlungen erlassen werden, während Urteilen nach § 128 Absatz 4 ZPO im Regelfall eine mündliche Verhandlung vorausgeht. Außerdem beenden Urteile im Regelfall die Streitigkeit, während Beschlüsse oft prozessleitende Entscheidungen sind. Diese beiden Leitlinien sind aber nur eine grobe Faustformel. Im Zweifelsfall müsst ihr immer ins Gesetz schauen. Jetzt aber zurück zur formellen Rechtskraft. Rechtskräftig werden Entscheidungen, wenn die Frist zur Einlegung eines Rechtsmittels oder eines Rechtsbehelfs abläuft. Darüber hinaus werden natürlich auch letztinstanzliche Entscheidungen, gegen die ein Rechtsmittel nicht mehr statthaft ist, formell rechtskräftig. Die Rechtskraft tritt dann bereits mit Verkündung ein. Dogmatisch begründet man das damit, dass für sie § 705 Satz 1 ZPO nicht gilt, weil es keine Frist für einen Rechtsbehelf gibt. Ebenso tritt formelle Rechtskraft ein, wenn die unterlegene Partei auf ihren Rechtsbehelf verzichtet oder ihn zurücknimmt. Auf Rechtsmittel und Rechtsbehelfe gehen wir nicht ausführlich ein, weil sie in der Hamburger Prüfungsgegenständeverordnung nicht ausdrücklich als Prüfungsstoff aufgeführt werden. Im Zweifelsfall müsst ihr also nicht mehr wissen, als im Gesetz steht. Soviel zur formellen Rechtskraft. Weiter geht's mit der materiellen Rechtskraft, mit der wir uns etwas länger beschäftigen werden. Wir beginnen wieder mit Gesetzeslektüre. Lest also bitte § 322 Absatz 1 ZPO. Der Gesetzeswortlaut ist bei der materiellen Rechtskraft leider noch weniger aussagekräftig als bei der formellen Rechtskraft. Folgendes muss man deshalb einfach lernen. Materielle Rechtskraft sichert den inhaltlichen Bestand der gerichtlichen Entscheidung über den abgeschlossenen Prozess hinaus. Sie bewirkt, dass die Parteien in einem Folgeprozess an das gebunden sind, was bereits formell rechtskräftig entschieden worden ist. Konkret äußert sich die Wirkung der materiellen Rechtskraft insbesondere darin, dass eine erneute Klage, die einen bereits formell rechtskräftig entschiedenen Streitgegenstand betrifft, wegen entgegenstehender materieller Rechtskraft unzulässig ist. Insofern setzt die materielle Rechtskraft die formelle Rechtskraft voraus. Materielle Rechtskraft erfordert, dass eine resiudicata, eine entschiedene Sache vorliegt. Dieser Begriff wird auch im Common Law für Rechtskraft verwendet. Umfang und Rechtsfolgen der materiellen Rechtskraft bedingen sich gegenseitig. Deshalb müssen wir sie uns parallel erschließen. Der Umfang der materiellen Rechtskraft wird im Ausgangspunkt durch einen alten Bekannten, den Streitgegenstand, bestimmt. Mittlerweile wisst ihr alle, woraus sich der Streitgegenstand zusammensetzt. Natürlich aus einem Antrag und dem zugrunde liegenden Lebenssachverhalt. Da sich die Reichweite der Rechtskraft wie diejenige der Rechtshängigkeit nach dem Streitgegenstand bemisst, stellen sich die gleichen Probleme, die wir in unserem Video zur Rechtshängigkeit behandelt haben. Dazu ein Beispielsfall. K erhebt gegen B Klage auf Kaufpreiszahlung in Höhe von 4.000 Euro. Das Gericht weist die Klage ab. K ist erbost und hebt erneut Klage auf 4.000 Euro vor einem anderen zuständigen Amtsgericht. Ist diese Klage zulässig? Nein. Antrag und zugrunde liegender Lebenssachverhalt sind identisch. Eine erneute Leistungsklage vor einem anderen Amtsgericht ist unzulässig. Wenn K mit dem ersten Urteil nicht zufrieden ist, muss er dagegen Berufung einlegen. Weiter geht's mit einem zweiten Beispielsfall. K erhebt im ersten Prozess keine Leistungsklage, sondern eine Feststellungsklage gegen B. Erhebt er dann vor einem anderen Amtsgericht Leistungsklage, ist diese nicht wegen entgegenstehender Rechtskraft unzulässig. Das liegt nach allem daran, dass das Leistungsinteresse der Leistungsklage über das der Feststellungsklage hinausgeht. A geht es mit seiner zweiten Klage gerade darum, einen vollstreckbaren Titel zu erlangen, den er mit dem Feststellungsurteil noch nicht hat. Mit einem Feststellungsurteil wird nur das Bestehen oder Nichtbestehen des Rechtsverhältnisses rechtskräftig festgestellt. Mit einem Leistungsurteil werden dagegen das Bestehen des geltend gemachten Anspruchs und ein staatlicher Leistungsbefehl rechtskräftig festgestellt. Kann im zweiten Prozess um die Leistungsklage jetzt anders entschieden werden als im formell rechtskräftigen Feststellungsurteil? Nein, hier wird die zweite Rechtsfolge der materiellen Rechtskraft relevant, die Präjudicialität. Die Parteien sind auch in Folgeprozessen an die Rechtsfolgen rechtskräftige Urteile gebunden, soweit es um denselben Streitgegenstand geht. Die Präjudicialität wirkt dann aber nicht auf Ebene der Zulässigkeit, sondern der Begründetheit. Das Gericht im zweiten Prozess ist an die materielle Rechtskraft des Feststellungsurteils gebunden. Es prüft also nicht mehr selbst, ob die Voraussetzungen des Kaufpreisanspruchs bestehen, sondern entnimmt der materiellen Rechtskraft der ersten Entscheidung, dass das präjudizielle Rechtsverhältnis nicht besteht. So können keine widersprüchlichen Urteile ergehen. Eben haben wir schon angedeutet, dass nur die vom Gericht festgestellten Rechtsfolgen in Rechtskraft erwachsen. Nicht in Rechtskraft erwachsen dagegen entschiedene Rechtsfragen oder Tatsachenfeststellungen oder einzelne Tatbestandsmerkmale. Dieser Punkt ist für das Verständnis der Rechtskraft entscheidend. Merkt ihn euch auf jeden Fall. Auch hierzu einen Beispielsfall. K erhebt gegen B Leistungsklage auf Herausgabe einer Taschenuhr. K wird rechtskräftig ein Herausgabeanspruch aus § 985 BGB zugesprochen. In Rechtskraft erwächst nur die Rechtsfolge Herausgabeanspruch, nicht aber die Feststellung, dass K Eigentümer ist, auch wenn das natürlich eine Voraussetzung des Anspruchs aus § 985 BGB ist. Wenn K gegen die B in einem zweiten Prozess auf Schadensersatz aus EBV klagt, kann das zweite Gericht die Eigentumslage also auch anders entscheiden. Das ist eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers. Wenn K auch hätte erreichen wollen, dass seine Eigentümerstellung rechtskräftig festgestellt wird, hätte er das ebenfalls beantragen müssen. Das Mittel dazu ist die sogenannte Zwischenfeststellungsklage nach § 256 Absatz 2 ZPO, die wir in unserem Video zu den Klagearten gesondert behandeln. Nicht in materielle Rechtskraft erwachsen Einwendungen und Einreden des Beklagten gegen den Anspruch. Das ergibt sich einmal daraus, dass deren Bestehen nicht zu den im Urteil festgestellten Rechtsfolgen gehört. Außerdem ergibt sich aus § 322 Absatz 2 ZPO, dass die Aufrechnung ausnahmsweise doch in Rechtskraft erwächst. Lest euch die Vorschrift kurz durch. Seinem Wortlaut nach regelt § 322 Absatz 2 ZPO nur die Feststellung einer nicht bestehenden Gegenforderung, also den Fall, dass die Aufrechnung mangels Gegenforderung nicht erfolgreich war. Nach herrschender Meinung erfasst die Vorschrift aber auch Fälle, in denen die Forderung gerade durch die erfolgreiche Aufrechnung erloschen ist. Der Schutzzweck des § 322 Absatz 2 ZPO greift nämlich in beiden Fällen. Die Norm soll verhindern, dass nach einer vom Gericht festgestellten Aufrechnung erneut ein Prozess über die beteiligten Forderungen möglich ist. Mehr zur Aufrechnung im Prozess erfahrt ihr noch in einem Sondervideo. Wir haben uns jetzt ziemlich lange mit dem objektiven Umfang der Rechtskraft beschäftigt. In subjektiver Hinsicht sind grundsätzlich nur die am Prozess beteiligten Parteien an die materielle Rechtskraft der Entscheidung gebunden. In dem § 325 folgende ZPO sieht das Gesetz aber mehrere Fälle der sogenannten Rechtskrafterstreckung vor. Die Vorschriften bestimmen, dass die materielle Rechtskraft der Entscheidung auch gegenüber bestimmten, am Prozess nicht beteiligten Personen wirkt. Die wohl wichtigste Vorschrift ist § 325 ZPO selbst, der die Rechtskrafterstreckung gegenüber Rechtsnachfolgern regelt. Lest euch Absatz 1 und Absatz 2 kurz durch. Rechtsnachfolge nach Eintritt der Rechtshängigkeit kann zum einen im Wege einer Gesamtrechtsnachfolge zum Beispiel nach § 1922 BGB erfolgen. Zum anderen sind auch Fälle der Einzelrechtsnachfolge erfasst. Das sind Fälle, in denen die streitbefangene Sache oder der klageweise geltend gemachte Anspruch übergehen. Der Übergang kann rechtsgeschäftlich, zum Beispiel durch Übergabe und Übereignung oder im Wege einer Legalzession durch Gesetz erfolgen. Ein letztes Beispiel wollen wir uns noch anschauen. Wie im vorigen Beispielsfall verklagt K die B auf Herausgabe seiner Uhr aus § 985 BGB. Nachdem die Klage zugestellt worden ist, möchte B die Uhr versilbern und veräußert sie nach materiellem Recht wirksam an die gutgläubige C. Nach § 265 Absatz 2 Satz 1 ZPO hindert die Veräußerung der streitbefangenen Uhr nicht die Fortsetzung des Prozesses. B ist jetzt gesetzliche Prozessstandschafterin. Fraglich ist aber, ob ein Urteil gegenüber B auch materielle Rechtskraft gegenüber C entfalten würde. Nach § 727 ZPO, Titelumschreibung, könnte dann auch gegen C vollstreckt werden. Gemäß § 325 Absatz 2 ZPO kann die materielle Rechtskrafterstreckung aber gutgläubig weg erworben werden. Die Vorschrift ist kein eigener Gutglaubenstatbestand, sondern verweist auf den jeweils anwendbaren Gutglaubenstatbestand aus dem materiellen Recht. Es muss also nach materiellem Recht ein wirksamer Erwerb vom Nichtberechtigten vorliegen. Laut unserem Beispielsachverhalt ist das der Fall. C ist gemäß § 929 und 932 folgende BGB Eigentümerin der Uhr geworden. Zusätzlich darf C auch nicht in Bezug auf den rechtshängigen Rechtsstreit bösgläubig gewesen sein. Dieses Erfordernis einer doppelten Gutgläubigkeit ergibt sich daraus, dass § 325 Absatz 2 ZPO die Gutglaubensvorschriften für entsprechend anwendbar erklärt. Es ist nicht ersichtlich, dass C vom Rechtsstreit gewusst hat. Somit war sie gutgläubig und eine Rechtskrafterstreckung schaltet wegen § 325 Absatz 2 ZPO aus. Soviel zur formellen und materiellen Rechtskraft. Auch wenn dieses Video schon ganz schön lange läuft, konnten wir euch in dieser Zeit wirklich nur einen Überblick über die Wirkungen der Rechtskraft verschaffen. Bestimmte Aspekte, etwa die zeitlichen Grenzen der Rechtskraft, haben wir sogar ganz ausgeklammert, weil sie an anderer Stelle noch behandelt werden. Wir glauben, dass euch dieses Video ausreichendes Wissen verschafft, um zu verstehen, was Rechtskraft ist und um in Examensklausuren mit grundlegenden Rechtskraftproblemen umgehen zu können. Fassen wir das Wesentliche noch einmal zusammen. Formelle Rechtskraft ist in § 705 ZPO geregelt und meint, dass eine Entscheidung nicht mehr mit Rechtsmitteln angegriffen werden kann. Aus der formellen Rechtskraft folgt die materielle Rechtskraft, die in § 322 ZPO geregelt ist. Sie bewirkt, dass die Parteien des Rechtsstreits an die in der Entscheidung festgehaltenen Rechtsfolgen gebunden sind. Den Umfang der materiellen Rechtskraft bildet im Ausgangspunkt der Streitgegenstand. Eine Klage, die denselben Streitgegenstand hat, ist wegen entgegenstehender materieller Rechtskraft unzulässig. Außerdem sind die Parteien auch im Wege der Prioritialität in Folgeprozessen an die rechtskräftig festgestellten Rechtsfolgen gebunden. Nicht in Rechtskraft erwachsen der Tatbestand und die Voraussetzungen der festgestellten Rechtsfolgen. Das gilt auch für Einreden gegen den Anspruch mit Ausnahme der Aufrechnung, die gesondert in § 322 Absatz 2 ZPO geregelt ist. Grundsätzlich wirkt die Rechtskraft nur zwischen den am Prozess beteiligten Parteien. Über die Rechtskrafterstreckungsvorschriften in den § 325 folgenden ZPO können aber auch am Prozess nicht beteiligte Personen eingezogen werden. Das gilt zum Beispiel für die Rechtsnachfolger der Parteien. Soviel also zur Rechtskraft. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020